Ja, uh, wer fürchtet sich denn da, seid ihr hoffentlich nicht ihr. Willkommen zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. Ich bin der Captain aus der Katja's Corner und der Ferrer ist auch dabei. Hallo, liebes Publikum. Warum auch immer ich gerade so ein Anime... Ja, du hast einfach deine innere Sailor Moon gechannelt. Das kann man doch mal machen. Ja, das habe ich schon eine Weile lang nicht mehr gemacht. Das ist richtig. So, jetzt können wir hier erstmal ordentlich Cash absahnen. Schauen wir mal, wie gut ich mir alles gemerkt habe. Das ist die... Ja, genau. Mit A ist die Lampe. Ah, hier ist der Sauber. Wir brauchen noch rein im Spiel. Ich weiß es doch jetzt schon. Ja, genau. Auf der linken Seite ist dann zum Pusten. Da ist noch mehr. Da liegt schon eine ganze Menge Geld. Uff, uff, uff. Das ist aber gewöhnungsbedürftig. Ja, ja. Mit dem rechten Stick lenkst du halt hier und du pustest. Genau. Mit ZR und ZL kannst du diesen Wumms machen quasi. Okay, ja. Das kennen wir ja. Das haben wir ja gesehen. Sie hat überlebt. Ja, okay. Das kann man über meine Hose nicht behaupten. Vielleicht ist sie jetzt superintelligent oder so, aber... Ah, Gyro. Ja, genau. Und Gyro, genau. Moment, kann ich hiermit auch Gyro, wenn ich den mache? Oh, ja, geil. Aber nur hoch und runter. Na gut, okay. Ja, das ist dann irgendwie langweilig. Ich weiß gar nicht. Kannst du die Waschmaschinen, wenn du halt einmal so auflädst und dann... ...quasi, ne, einfach gegen hältst, die öffnen oder so? Vermutlich nicht. Weil wir müssen ja irgendwie an den Diamanten da rankommen. Das ist richtig. Also, das ist nicht schlimm, weil wir es nicht tun, aber... Wäre schon cool. Ja. Während wir all den anderen Leuten die Wäsche klauen. Welche anderen Leute? Das stimmt allerdings. Aber wozu ist denn hier so viel Wäsche, wenn es keine anderen Leute gibt, die die Wäsche benutzen können? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, immer weiter, immer weiter, bis kein Geld mehr rauskommt. Der hat sich da so ein bisschen verkeilt, der Kollege. Ja. Jetzt blinkt er und gleich ist er weg. Ja, dann ist er weg. Aber dann kann ich das Maximum Geld nicht mehr kriegen. Wie soll ich das Spiegelschloss kaufen? Äh, mit DLC. Aber ja, tatsächlich gab es in Luigis Mansion 1 ja wirklich die Spiegel Mansion, wenn du das Spiel durchgespielt hast. Fun Fact dazu. In der europäischen Version haben sie den Betrag, den du brauchst, um das Spiegelschloss freizuschalten. Beziehungsweise, nee, um das höchste... Oh, auf der anderen Seite kam gerade ganz viel Geld raus. Hier liegen überall Münzen. Ähm, um die höchste Punktzahl zu bekommen, um die größte Mansion zu bekommen, musstest du tatsächlich das Spiegel, äh, die Spiegel-Menschen noch spielen, damit du... Weil du sonst nicht an genug Geld rankommst. Verrückt. Im Spiel. Also, äh, im Amerikanischen war es, glaube ich, dass es, äh, 100.000 sind, die du brauchst oder so. Oder 100 Millionen oder so. Und im Europäischen sind es 150 Millionen. Du brauchst einfach 50 Prozent mehr. Äh, Geld. In der europäischen und ich glaube auch in der japanischen Version. Aber ja, ist schon krass, dass von dir verlangt wird, dass du das Spiel mehrfach spielst, um das Best Ending zu bekommen. Ja, gut. Na, bei einem Mario-Spiel ist das nicht üblich. Ja, verschwunden. Ja. Also, ich glaube, die Münzen kamen gerade, weil du das Rad gedreht hast mit deinem... Kannst du hier die Waschmaschinen anmachen, weil die... Weil da, da oben das nicht grün leuchtet. Ach ja, genau. Du kannst erst mal... Oh, Quietsche-Entchen. Nur mit dir. Ist doch schon was weh, so aus Gold. Seh ich doch. Quietsche-Entchen. Nur mit Priel. Wow, zwei Münzen. Das macht jetzt natürlich den Bratenfeld, nachdem ich hier die Millionen aus den Wänden geholt habe. Katsching. Genau. Oder kannst du da noch weiter an dem Rad drehen? Indem du halt einfach ransaugst oder so. Oh, du hast auf jeden Fall noch eine Münze außen. Äh, da kommt grüner Schleim raus. Oh. Äh, da kommt grüner Schleim raus. Oh, grüner Schleim wäre mir ja lieber gewesen. Ne, ich denke... Oh, doch hier, oh ja. Ah, super hinten, Secret Stash. Und wenn du jetzt da komplett den Wasserdruck wegnimmst, gehen die Waschmaschinen dann aus? Ich nehme mal an, wir müssen, um die auszumachen, an den Stromkasten, der hier hinter der Wand ist. Oh, das würde Sinn ergeben, ja. Weil, ne, die sind dann wahrscheinlich mit dem verbunden. Ja, okay, das könnte sein. Das ergibt vielleicht mehr Sinn. Ja, weil das Loch ist ja auch hier. Ja, ja, das... Okay, ja, ja, das ist plausibel auf jeden Fall. Genau, und... Ja, das haben wir noch nicht, das können wir noch nicht. Ach so, da oben die Münzen. Ja, die können wir. Die sind, glaube ich, auf der anderen Wand, oder? Also von vorne aus gesehen nach... Ne, die... Ist schwer einzuschätzen. Vielleicht muss ich... Ne, das nicht. Kannst du damit die Waschmaschinen ausmachen mit diesem Superwumms? Hast du das probiert? Ne. Kann ich gerne nochmal machen. Wie kannst du rennen? Du hältst den Y-Knopf gedrückt. Das habe ich aber versucht. Oder kann ich das nur mit dem Schreck weg? Das kann sein, ja, dass man Schreck weg sein muss. Ne, sieht nicht dann noch aus. Weil vorher hatte er nicht die Urgency zu rennen. Genau, aber jetzt... Besonders, wo Boo ihn verfolgt hat, der King Boo. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich seine Stimme gemacht hatte. Ja, dann von alleine, wenn man einfach lange genug... Okay, das ist interessant. Weil du so schon langsam genug spielst. Ja, irgendwie... Ist mein Wumms noch nicht gut genug? Oder kann ich irgendwie gegen die Wand gehen, so? Dass man... Ne, ich glaube, man muss die eigentlich wirklich nur ansaugen. Aber irgendwie funktioniert das ja gerade nicht so richtig. Ja, da passiert nicht viel anscheinend. Uh, der Spuk! Eine Maus! Eine Maus! Moneten! Und... Nee, komm her, komm her! Ich krieg die Ratte nicht, die ist einfach... Ja, die ist einfach durch! Wow! Das ist ein Geldbaum! Der ist total! Meine Güte, der reicht! Geld hängt nicht... Wächst nicht an Bäumen! Naja, die müssen ja den richtigen Baum haben. Ja... Du musst schon den richtigen Baum haben. Äh, hier muss ich dieses... Genau, aufladen und dann... Tilli-ling-ling! Da draufhalten, aber das ist ja eigentlich so, ne? Professor E. Gertz... Super... Ja, aber der wird ja nicht hier sein. Super Security-Ding. Ähm... So waren die Türen in Luigi's Mansion 2 auf jeden Fall immer. Hier, guck mal! Oh, ne... Also ich wollte gerade sagen, ne Jukebox. Ne, das ist ne Vending Machine. Oh, das ist mein Lieblings-Wending Machines. Einfach Essen und Geld geben. Ja. Hat man ausgesorgt. Definitiv, ja. Aber leider habe ich eine Stunde später doch wieder Hunger. Ich habe über das Ganze gegessen. Darauf wollte ich hinaus, ja. Aha. Ich wusste nur noch nicht, wie ich die Pointe... ...wirklich rausbringen möchte. Ich muss aber krasionieren. Nein, natürlich nicht. Hier sieht man nicht... Oh, aber hier unten ist noch mehr Geld, siehste? Da hatte ich deinen Schnüffler... Schnüffel, Schnüffel, Schnüffel... Mein Schnüffelstück. Dein... Ja, dein Schnüffelstück. Dein... Dein... Dein Riecher in die richtige Position gebracht. Was soll ich denn jetzt mit dem ganzen Geld machen? Und irgendwie ist da zwischendrin immer so ein Goldgeräusch... ...was aber klingt, als wäre das irgendwie so ein Windows-Bestätigungssound. Also möchten sie das bestätigen, dass sie dies gerade tun? Hörst du es? Ja. Immer wenn irgendwie so ein Gold irgendwo rausgeploppt kommt. Das ist dieses... Ja, cool. Dann gucken wir mal, was oben so abgeht. Und dir kommt schon Müll entgegen. Müll und Geld. Das ist ja... War wieder typisch. Müll und Geld. Müll und Geld. Müll und Geld. Müll und Geld. Außen sieht alles Hui aus, aber drin ist alles Hui. Oh, da ist meine Einladung zu Super Smash Brothers. Ach, da ist sie gelandet. Failort ist drin. Da, 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 da. Nee, es ist besser, wenn du in Smash bist, und dann nehme ich deinen Meme mit deinen großen Augen. Hm. Dem will niemand was tun. Nee. Oh, da unten war grad ein Wo genau ist der? Auf so einer Zwischenebene Ja, tatsächlich Aber seh ich nicht, wie wir jetzt hinkommen Seh ich jetzt auch nicht Wobei, naja Ich weiß schon wie, aber Ich kann's jetzt noch nicht verraten Also gehen wir einfach weiter It's a great idea Oh Den kannst du glaube ich noch nicht rausholen Doch, die erschrecke ich einfach mit Licht, pass auf Entweder das oder mit dem Superwumms Oder mit Feuer Oder später vielleicht mit Feuer, ja Machen wir mal die Powerwumms Bei der Pflanze, vielleicht funktioniert das ja Es funktioniert nicht Nein Und wie es aussieht, haben wir Wie viele Ebenen haben wir da Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Ich hab nicht mal richtig gezählt Ich hab einfach nur hoch Also ich hab hochgezählt, ja Eins, zwei, drei Ja, genau Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Jetzt bin ich durcheinander gekommen, weil du hochgezoomt hast Was soll ich denn machen? Ne, ist so in Ordnung Aber irgendwie so 15 oder 18 oder irgendwie sowas Ja Wird schon klappen Ja Wir haben ein bisschen mit dem Spiel, ne War da Geld? So aussieht, als wenn da gerade irgendwas verschwunden ist, auf jeden Fall Oh, da war die Fliegekanne Ah, hier ist doch immer Geld in sowas Und sein Riecher hat ihn mal wieder an den richtigen Ort geführt Ist auch irgendwie unterwegs Wenn irgendwo eine Couch ist, dann riecht der erstmal dran Nur um zu sehen, ob da Geld zwischen den Couchkissen ist Ich rieche da dran Ja, dein richtiger Riecher dein Geld. Mein gültendes Näschen. Ja, genau. Dein Zehnerzinken. Mein Zehnerzinken. Ajo. Die Nachhinein hat gerade verbrannt. Also man rennt doch nicht mit Y. Das passiert einfach. Ja, genau. Okay. Alle eliminiert. Toad, Mario, Peach und Luigi. Wir sind eigentlich auch selbst ein Geist. Plot Twist. Hm? Will Smith. Bruce Willis war die ganze Zeit tot. Spoiler für den einen Film. Spoiler für Part Diction. Exakt. Aber der Hund kommt doch noch durch. Ja, und der schubbert sich in den Hintern. Könnte vielleicht Würmer haben. Ja, das wäre geschafft. Der erste Geisterkampf. Auf geht's. Nein, da ging man mich nicht an. Ich kann nur Geld saugen. Keine Geister. Ja, aber Professor Igat hat uns noch nicht beigebracht, wie wir Geister bekämpfen. Ich muss ihn. Ich muss ihn. Hat wohl nicht gereicht. Das ist ja schon wieder Alan Wake. Ja. Ja, so ziemlich. Das ist Alan Wake von Nintendo. Oder der Hund hat uns noch nicht gesagt, wie wir Geister bekämpfen. Genau so war das. Muss er glaube ich nicht. Hat er aber gerade trotzdem gemacht. Da hinten ist noch eine Münze. Hat er das überlebt? Ja, der hatte noch vier. Jetzt hat er nichts mehr. Ja. Ghostbusters. Da, 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 da. Wau, 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 wau. Da, na, 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 na. Luigi. Jetzt war er, war Luigi. Oh, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Perspektive losgelassen. Oh, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Oh, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Oh, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ja, komm, und jetzt. Hammer Time. Na, wir, wir machen es jetzt, es ist jetzt halt einfach. Wir haben jetzt ständig irgendwelche, irgendwelche Spiele, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber die irgendwie ähnlich sind. Alan Wake, dann Luigi's Mansion. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, was irgendwann auch in Zukunft noch auf euch wartet. Luigi's Mansion 2 für die Switch. Ganz klar, äh, obscure. Klar. Oh, da ist ein Schlüssel. Kommst du, kannst du den ran saugen? Ach ja. Quart, ich könnte auch wegpusten, oder? Ja. Aber auch das funktioniert nicht. Aber du kannst vielleicht da rechts das grüne Ding anleuchten. Weil der Blitz ist ja jetzt, ne? Könnte ja weit genug sein. Aber irgendwie bringt das nichts, ne. Du kannst auch genau zu uns in die Kamera leuchten. Das geht natürlich auch. Ah. Geblitzt, Dings. Was mach ich hier? Wer bist du? Äh, ja, sie sind kurz zu Besuch gekommen. Äh, ich hatte ihnen eine Tasse Cappuccino angeboten. Können sie jetzt bitte wieder gehen? Oh, natürlich. Entschuldigung. Aber danke für den Cappuccino. Ja. Ich hoffe, er hat gemundet. Moment. Mh, Stroganoff. Ich wollte gerade aus Scherz sagen, ich habe keine Tante, aber das wäre gelogen. Ah, da ist ein Schalter quasi, der ist so erhoben. Da musst du lange drauf. Ach, hier stehe ich auf dem Boden. Sehe ich es jetzt. Du hast das Stroganoff weggesaugt. Ja. Mit dem Pumpkin vielleicht genau. Ah, dann wird dir sogar angezeigt, wo du hinzielst. Okay, ich habe keine Ahnung, was genau man da machen soll. Musst du da drüber das treffen? Das Interessante ist ja, dass ich dadurch, dass ich den Pumpkin wegschieße, theoretisch wieder leichter bin und deswegen der Schalter hoch geht. Das ist wirklich die Engine aus Breath of the Wild. Siehste? Das ist einfach die generelle Nintendo-Engine, die wird für alles benutzt. Ja, ich frage mich sowieso, was die benutzen. Naja, wahrscheinlich ihr eigenes Ding. Ja. Aber darüber weiß man halt nichts. Bei den meisten Engines hörst du immer irgendwie was. Ja, das stimmt eigentlich. Das ist auch so der Firmeninterne, die Destiny-Engine und so. Ja, aber von Nintendo weißt du da nicht so gut wie viel. Nee, das ist alles... Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass so... Einfach Unity. Das ist zum Beispiel... Ja gut. Es gibt einige Spiele von Nintendo, die mittlerweile Unity sind. Also ich weiß nicht, ob Luigi's Mansion nicht sogar auch dazu gehörte. Hm. Nee, Luigi's Mansion war es glaube ich nicht. Aber es gab irgendein Spiel, irgendeins einer... Oh, hallo. Irgendeiner bekannteren Reihe, sage ich mal, was auf Unity-Basis war. Wach, 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 wach. Ich hab's mal übersetzt. Ah, danke. Äh, kannst du hier den Wumms machen? Um an den Dingens ranzukommen? Ja, Power Wumms. Äh, vergeistern wir sie. Ha. Nice. Danke. Ich guck mal auf die Verpackung. Vielleicht ist das ja wirklich das, was mit Unity gemacht wurde. Oh, ich hab mich selbst gesplasht. Das ist aber nicht so gut. Äh, wo ist die Idee? Äh, da. Ähm, ja. Ja. Nö. Nö, da steht nix. Tja. Luigi's Mansion war's nicht. Sieht doch Geld, oder ist das falsch? Nee, ich kann mir, ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach diese, dass die Engines vielleicht, dass sie pro neuer Generation Hardware vielleicht eine neue Engine machen oder halt die Engine verfeinern so ein bisschen. Das ist halt zum Beispiel für Gamecube war's vielleicht die Dolphin-Engine. Ja. Und für Wii war's die Revolution-Engine, weil das war ja intern, hieß ja die Wii Revolution. Hm. Und, 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 dass es vielleicht einfach so irgendwie damit zusammenhängt. Ich weiß nur nicht, was für einen Namen die Switch hatte. Was für einen Development-Namen. PETA. Wahrscheinlich. Das ist jetzt die PETA-Engine. Äh, wir können nach B1 durch. Okay, aber B1 ist das Basement. Ja, das stimmt. Okay, wie viele sind das jetzt wirklich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, mal zwei sind 16 und ein Boss 17. Okay. Hm. Ja, Basement 1 ist das anscheinend. Aber da waren wir ja schon. Du konntest das jetzt auch nicht wirklich auswählen, ne? Es sieht aus, als ob nur ein Knopf da ist. Ja, das stimmt. Also, kann ja nochmal durch den Spiegel durch. Aber hier fehlen Knöpfe, dementsprechend. Ja, 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 ja. Weiß ich nicht, ob ich jetzt, ich gucke mich hier nochmal lieber um. Mach das, mach das, mach das. Vielleicht finden wir ja einen Knöppelkind. Hm. Ich wollte gerade fragen, hat er sich von der Säule erschreckt? Es war der Hund. Ah ja, siehst du, der will, dass du da den Powerwumms machst. Okay. Und dann kriegen wir da unten den Schlüssel für welche Tür? Die hier? Die hier vielleicht? Vermutlich, ja. Links ist nur eine Münze. Die ist wichtig. Ich bin auch hier noch gar nicht lang. Wow. Das sind sogar mehr als eine Münze gewesen. Wow. Donuts. Leider Donuts. Oh, oh, oh. Das ist so eine Golden Skitula, oder wie die heißen, aus Ocarina of Time. Ja, genau. Oh, oh, noch mehr Geld. Ah ja, wenn wir irgendwie so goldene Sachen, Gegner finden, die am besten versuchen halt einzusaugen, weil die geben dann immer selbst nochmal eine ganze Menge Geld. Okay. Dann räumen wir hier noch die Leiche auf. Äh, ich meine nur den Teppich. Ja, genau. Wenn du mitspielen würdest. Luigi, und dann bringst du ihn runter an den See und wirfst den Teppich dort hinein. Verstehst du? Den Teppich in den See. Und, und, und was ist mit der Leiche? Den Teppich. Also soll ich die Leiche wieder rausholen? Nein. Das ging ja einfach. Ja. Aber auch da, als du jetzt davor gestanden hast, hab ich nicht dran gedacht, dass du den Wumms machen kannst. Ja. Ich sag ja, wir dürfen das nicht vergessen. Wir werden es ständig vergessen. Vermutlich. Wollen wir uns ein Post-it irgendwo hinhängen, wo Wumms machen draufsteht? Können wir tun, ja. Lasst uns bumsen. Oder sowas. Und dann hängen wir den rechts oben an den Fernseher und dann wird es, ist es die ganze Zeit nervig. Ja. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Das bin ich gewohnt. Oh nein, die Ente. Oh, aber der ist anders geformt. Okay, ich nehme. Komm, die sehen alle anders aus. Ja, ich nehme meinen. Wobei, wir haben auch quadratische andere gefunden. Ja, aber die hatten auch eine andere Farbe zumindest. Ja, genau. Das ist dein Chaos Emerald. Gut, dann nehme ich meine Kritik zurück vielleicht. Aber du kommst irgendwie nicht so ganz an den Rand, kann das sein? Achso, ich muss einfach X drücken. Achso, okay. Wow, der ist von denen ganz am Ende. Das ist auch interessant. Die Lady. Jawohl. Der ist doch gerade hier dran gesaugt wie... Achso. Ja, aber mittlerweile reicht es nicht an Sachen zu saugen. Du musst wohl auch mal zupacken. Na gut, okay. Kein Euphemismus. Na, du musst den Schlüssel so ein bisschen nach oben quasi so weg. Damit der den Haken so... Macht so, ne? Es geht offenbar nicht. Kannst du einfach rangehen und X drücken? Ja. Ja, man kann einfach rangehen und X drücken. Ja. Mach ja auch immer bei den Ladies. Hey. Gehen und X drücken. Ich gehe ran und sage, hey, ich drücke X. Achso. Und die so, oh. Ja, ein Satz mit X, das macht wohl nichts. Ja, genau. Exakt der. Den Satz habe ich sie so oft. Das Schloss hat meinen Schlüssel geschluckt. Uh. Sag das dreimal schnell hintereinander. Das Schloss hat meinen Schlüssel geschluckt. Das Schloss hat meinen Schlüssel geschluckt. Das Schloss hat meinen Schlüssel geschluckt. Sehr gut gemacht. Igitt! Igitt? Was ist das denn? Ein Geisterhund. Oh nein, du hast die ganzen Awards für die Awardsshow eingesaugt. Na ja, nun, ich habe es auch alle gewonnen. Ich bin Baldur's Gate. Yeah! Baldur's Gate, Baldur's Gate. Ich habe es immer noch nicht gespielt. Hast du es gespielt? Ja, ich habe, ja. Und? Ein bisschen. Ich bin noch nicht weit. Wir spielen das zu fünft oder so. Wow. Wie, kam es? Das ist Multiplayer? Ja, ja. Achso, wusste ich gar nicht. Das ist ja lustig. Ja, aber du kommst halt wirklich überhaupt nicht voran. Ja, gut. Ja, gut. Ähm, also. Aber weil es halt quasi so, ist ja eigentlich so, ne, so RPG, also Tabletop RPG mäßig. Eigentlich, ne? Dungeons & Dragons. Also ist es im Grunde eine D&D-Runde bloß halt mit einem Gaming, also dass man das Spiel sieht. Mit einem digitalen Spielleiter, sag ich mal so. Oh, okay. Das klingt ja eigentlich ganz cool, wenn man das so macht. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, ob das Spiel vielleicht ein bisschen zu overhyped ist für meinen Geschmack, dass ich dann da rangehe und denke, boah, das wird jetzt das Beste aller Zeiten und dann bin ich vielleicht enttäuscht oder so, was ich eigentlich nicht glaube, weil ich ja ein großer Tabletop-RPG-Fan bin und so. Du kannst dir ja zuerst Divinity Original Sin 2 holen. Und wenn dir das zusagt. Das ist sehr spezifisch. Ja, naja, das war das Spiel, was da vorauskam von denen. Achso. Und nicht Baldur's Gate 2? Nein. Naja, stimmt, die Baldur's Gate-Spiele sind ja eigentlich ust alt, ne? Ja. Also die ersten beiden. Das zweite ist jetzt, glaube ich, 24 Jahre alt oder so. Wow. Wenn das schon ust alt ist. Na, ich glaube, 24 Jahre ist schon, geht schon in die Retro-Richtung tatsächlich. Okay. Na ja, was war 2000 so aktuell? So die PS2 und sowas? Ich glaube, das kann man schon fast als Retro bezeichnen. Ich meine, ich habe im Internet ja auch schon gelesen, dass die PS3 und die Xbox 360 Retro sind. Everyone who says, others is just, differently is just coping. Und so. Also ja, es gibt Leute, die schon die PS3 und die Xbox 360 als Retro bezeichnen. Und da ist für mich so... Nee? Ja, weiß ich nicht, Digga. Also für mich ist alles, was so, ne? Ab dem HD irgendwie so ein Ding ist, irgendwie so, nachdem der Sprung von Standard Definition zu High Definition gegangen ist, so, alles danach ist für mich noch nicht Retro wirklich. Ist halt die Frage, ob das der Benender dafür ist, was Retro ist. Es gibt ja keine richtige... Also im Grunde benutzen wir Retro sowieso falsch, weil Retro bedeutet, etwas Altes, was nochmal neu aufgesetzt wurde. Ja. Ist im Retro-Stil. Ja. Das ist noch eine Münze. Nee, SNES Mini. Etwas Altes, das neu aufgesetzt wurde. Das ist theoretisch Retro. Das ist vollkommen richtig. Ja, siehst du? Aber jetzt zu sagen, das Original... Wo ist das Xbox 360 Mini? Spielsatz und Sieg. Vollidiot auf Twitter. Nee, nicht Vollidiot, aber... Ich hab halt darauf geantwortet, dass für mich halt irgendwie alles, was so in der HD-Ära so war, halt noch nicht Retro ist. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja die PS3 und Xbox 360 auch erst 2013 Nachfolger gehabt haben und das ist ja erst zehn Jahre her. Ja. Und das ist für mich dann so... Und das jetzt schon als Retro zu bezeichnen, weiß ich nicht. Ja. Aber so in der Generation X... In der ersten Xbox und PlayStation 2, da würde ich vielleicht mit mir reden lassen, die schon so langsam als Retro zu bezeichnen. Also da, das seh ich schon irgendwie. Aber ich kann auch verstehen, wenn man das noch nicht so ganz als Retro sehen möchte. Also ich meine, wir denken ja über Generationen. Vielleicht sollte man einfach festlegen, ab so vielen Generationen, Unterschied zur jetzigen Generation. Ach so, das meinst du, ja. Also wenn diese Generation jetzt vier, mindestens vier Generationen zurückliegt, dann wäre sie Retro, das so zu rechnen. Okay. Ich hab tatsächlich auch schon gehört, dass Leute meinen, irgendwie so zwei Generationen vorher ist Retro. Das ist mir ein bisschen... Das ist ein bisschen zu früh, ja. Weil das sind so rundgerechnet so vielleicht zehn Jahre. Also so generell sind ja Generationen so, keine Ahnung, fünf bis sechs Jahre. Normalerweise. Hm. Jetzt die Switch als Beispiel zum Beispiel nicht. Die ist ja jetzt nun mittlerweile schon im achten Jahr. Nee. Die Switch hat sieben Jahre schon hinter sich. Ja, okay. Jetzt in ihrem offizie achten Jahr. Ja, jetzt wo du es sagst. Ist schon, ja. Du kannst auch mit einem Geist einen anderen verprügeln. Ja, hab ich grad gesehen. Okay. Also ja, die Switch kam 2017 raus. Wir haben 2024. Deswegen. Also die Switch ist für die Länge, wie lange sie halt, ne, aktuell ist. Mit am längsten, glaub ich, von vielen Konsolen. Ich weiß nicht, ob es eine gab, die auch noch länger... Nö. Also wahrscheinlich so alte, also noch ältere Konsolen, wo es noch nicht so gerne gäbe, war die so oft. Also sowas wie NES und so, weiß ich halt nicht, ob die... Nee. ...so lange Zyklen hatten. Glaub ich nicht. Also die PS2 wurde ewig lang noch produziert in verschiedenen Ländern, das ja, aber da gab es ja dann auch schon die PS3. Amiga könnte ich mir überlegen, dass das lange am Markt war, aber halt immer mit neuerigen Iterationen, weil gewisse Hardware-Teile ausgetauscht wurden. Ja, ja. Also ist die Frage, ob das dann trotzdem gilt? Ich weiß nicht, ist schwer. Ist schwer. Aber ist nicht die 63-Generation relativ lang am Start gewesen? Ja, ja, eben. Die PS3 und die Xbox 360, glaube ich, ja. 360 kam noch 2005. Kann sein. Und die Xbox One kam noch erst 2013. 2013, ja, das ist ganz schön lang eigentlich. Ja, nee, 2013? Nee, 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 nee. Nee, 2013 kam die PS4 raus und die... Aber die kamen parallel fast raus. Ach ja, doch. Na, die PS4 und die Xbox One waren 2013. Ja. Und wir haben ja jetzt überlegt, wann die Generation davor rauskam. Ja, genau, aber wir müssen ja die Jahre, die Generationen... Also die PS2 war, glaube ich, 2000 oder 1990 oder so. Das weiß ich immer nicht genau. Ob das nur in Japan 99 war? Ja, und bei uns war es 2000, bin ich der Meinung. So, denke ich auch. Aber ich glaube, auch in Japan war es 2000. Aber halt Anfang 2000 und bei uns Ende 2000. Ja. Aber sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Okay, mit X haben wir jetzt hier das... Um mal zum Spiel auch was zu sagen, haben wir jetzt dieses Schwarzlicht und damit können wir halt Sachen, die in so ein Portrait sind halt, anleuchten und dann werden die halt... Oh, da rechts oben, die Spinne, die goldene. Ja, ja. Weiß ich nicht, ob ich in einem Hotel mit dem Schwarzlicht rumlaufen möchte. Was ging denn gerade mit dem Fintechizer ab? Oh, hier rappelt es im Karton. Aber ja, stimmt. Wann kamen dann die PS3 und Xbox 360? Wahrscheinlich 2005 so. 2005, 2006 ungefähr. Ja, also die PS3 kam ein Jahr nach der Xbox raus. Und ich meine, das war 2006, als die PS3 rauskam und dementsprechend war die Xbox 360, weil die Original-Xbox hat ja bloß vier Jahre gehabt am Markt. Ah, okay. Die war ja super kurz da. Ja gut, ja, das kann gut sein. Das weiß ich jetzt nicht so genau, weil mit Xbox war ich jetzt nie so wirklich... Ich hab meine Xbox 360 2010 geholt. Weil ich tatsächlich, weil ich die Plakate zu Red Dead Redemption interessant war, als mir dann jemand gesagt hat, das ist GTA im Wilden Westen, dachte ich mir, das muss ich unbedingt haben. Ich hab aber keine Konsole dafür. Und dann war das so, yo, Xbox 360, cool. Da hab ich mir dazu auch Assassin's Creed geholt und dann ist mir... Hab ich gehört, da gibt's auch Banjo-Kazooie-Schraube-Locker. Und ich kannte das Spiel vorher eigentlich gar nicht. Ich glaub, ich hab's einmal kurz bei... bei Rocket Beans irgendwie gesehen. Und das war dann so, oh, interessant. Da ist mir das wieder eingefallen. Und das waren dann so die ersten paar Spiele, für die ich mir eine Xbox 360 damals geholt hab. Hm. Ja, genau. Aber halt auch erst 2010. Also ich hab früher mit neueren Konsolen wirklich erstmal ewig, immer lange... Also ewig lange gewartet, ehe ich die geholt habe. Ja, ich glaub... Mindestens einen Preisnachlass abwarten ist, glaub ich, immer ein Verkehr, wenn sowas noch passiert heutzutage. Na, heutzutage ist es eher nicht mehr so gegangen. Also Konsolen halten sich jetzt vom Preis her eher... So. Also Nintendo hat das ja früher immer gemacht. Also vor allen Dingen ja mit dem 3DS, weil der sich ja erst gar nicht verkauft hatte für 270 Dollar oder so. Dann haben sie den auf 150 runtergesetzt und dann hat er sich erst richtig verkauft. Ja. Aber dafür hatten dann die, die den für 270 Dollar gekauft haben, haben dann, äh... ich glaub, 10 oder 20 irgendwie Virtual-Consol-Spiele bekommen. Mit so mit irgendwie Game Boy Advance-Spielen und Super Nintendo-Spielen und sowas alles oder so. Die du aber so sonst auch im Shop nicht bekommen hast, im eShop. Nicht schlecht. Ja. Das sogenannte Ambassador-Programm. Ja, suchst du hier gerade jetzt noch was? Ja, ich weiß nicht. Ich irgendwie... Kannst du da hinten noch so rumgehen, um in den Hinterraum zu kommen? Tatsache! Das hast du optisch nicht gesehen, ne? Ja, Perspektive hat mich... Ja, ja, okay. Gut, dann saug ich hier noch... Genau, den Spider-Man ein. Oh, da haben wir noch ein bisschen Geld. Oh ja, da ging ja gerade schon der Timer schon wieder. Ja, würde ich sagen, war's das jetzt hier schon wieder? Mit unserer Diskussion über Konsolengenerationen. Äh, wenn... Was sagt ihr? Ab wie... Ab wann würdet ihr sagen, ist eine Konsolengeneration retro? Ab wie vielen Jahren? Oder ab wie vielen Generationen oder so? Schreibt's in die Kommentare. Und ja, da machen wir an dem Punkt beim nächsten Mal weiter. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und tschüss, bis dann. Yeah, macht's gut, Leute. Das Abscheid. Gut, das ist ja das. Dannab as, Das ist ja das. Vielen Dank.